So, wir zeigen jetzt mal eine Mengengleichheit. Und zwar schreibe ich mir hin, welche Mengengleichheit wir zeigen wollen. Und zwar A vereinigt A geschnitten B ist dasselbe wie A. Also zuerst mal schneiden wir A und B, die beiden Mengen A und B. Anschließend vereinigen wir das Ergebnis mit A und was rauskommt ist A. Das kann man jetzt erstmal so behaupten. Man kann es vielleicht auch mal hier veranschaulichen an einem Venn-Diagramm. Ich male es hier mal schnell hin. So, zwei Mengen. Das hier ist A und das ist B. Wenn wir jetzt erstmal A und B schneiden, dann ist es ja hier die Schnittmenge. Wenn wir diese Schnittmenge jetzt mit der Gesamtmenge A vereinigen, dann sieht man auch schon, da kommt A raus. Okay, jetzt haben wir uns am Venn-Diagramm visuell davon überzeugt. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie man das formal beweisen kann. Diese Mengengleichheit hier, die besagt ja letztlich nach der Definition von Mengengleichheit, dass folgendes zu zeigen ist. Folgende Aussage ist äquivalent. Für alle X gilt, X ist genau dann in der einen Menge, wenn es in der anderen ist. Also X ist Element von A vereinigt A geschnitten B, genau dann, wenn X in A ist. Das ist die Definition der Mengengleichheit. So, das ist eine All-Aussage. Wir zeigen etwas für alle X. Und eine Strategie, etwas für alle zu zeigen ist, naja, wir nehmen mal ein X raus, ein festes, aber beliebiges. Wir schnappen uns irgendein beliebiges X, halten es aber die ganze Zeit durch den Beweis über fest. Letztlich zeigen wir es damit für alle. Also machen wir jetzt hier, sei X, und ich kürze jetzt mal ab, fest, aber beliebig. So, jetzt müssen wir diese Äquivalenz zeigen. Unser X, das wir uns gerade rausgegriffen haben, ist genau dann in der linken Menge, wenn es in der rechten Menge ist. Das ist jetzt ein klassischer Äquivalenzbeweis, den wir einfach mit Äquivalenzumformung durchführen können. Und ich mache es mal so, wie wir es die ganze Zeit über auch gemacht haben. Ich schreibe den einen Teil mal links hin, also X Element A vereinigt A geschnitten B. Das gilt genau dann, wenn, das gilt und 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 so weiter und so weiter. Wir machen genau dann, wenn Umformung, Äquivalenzumformung. Und ganz unten, schreibe ich das jetzt mal hier hin, muss rauskommen, genau dann, wenn X Element A. Jetzt haben wir einen Startpunkt, wir haben einen Zielpunkt, das ist Problemlösen, das müssen wir versuchen, vom Start zum Ziel zu kommen. Okay. Wenn wir diesen Ausdruck hier haben, X ist Element einer Vereinigungsmenge von A, oder Vereinigungsmenge der Vereinigung von A vereinigt mit A geschnitten B. X ist Element einer Vereinigung von B, genau dann, wenn X in der einen Menge ist, oder X in der anderen. Das ist die Definition von Vereinigung. Also, X ist Element A, Vereinigt A geschnitten B, genau dann, wenn X Element A oder X Element A geschnitten B. Jetzt müssen wir hier gut aufpassen, ne? Und das verwirrt bei diesen Beweisen häufig, was sind Mengensymbole, was sind, oder Mengenverknüpfungen, was sind Verknüpfungen von Aussagen. Hier haben wir eine Aussage, X Element A, das kann wahr oder falsch sein, also das ist eine Aussage. Das hier ist auch eine Aussage, X Element A geschnitten B. Und zwei Aussagen kann man mit einem Oder verknüpfen. Was wir hier innen drin haben, das hier, ist keine Aussage, sondern eine Mengenoperation. Wir schneiden zwei Mengen A und B. Wenn ich zwei Mengen schneide, entsteht wieder eine Menge, und deswegen kann X auch Element einer solchen Ergebnismenge sein. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Es ist klar, worauf es hinausläuft. Wir müssen diese ganzen Mengenoperationen loswerden und ersetzen durch unsere aussagenlogischen Operationen. Wie ersetzen wir das? Indem wir immer wieder die Definition der jeweiligen Mengenoperationen verwenden. Anschließend haben wir eine Aussage dastehen, die zusammengesetzt ist aus verschiedenen Aussagen. Und dann können wir diejenigen Gesetze verwenden, die wir bereits bewiesen haben im Bereich der Aussagenlogik. Okay, also jetzt haben wir hier X Element A, da können wir erstmal nichts ändern. Oder, so, und jetzt können wir das auflösen. Wenn X ist Element von A geschnitten B, genau dann, wenn X Element A ist und X Element B. Dann ist es ja in der Schnittmenge drin. Also X Element A und X Element B. Jetzt haben wir diese Mengenverknüpfung oder diese Aussage mit einer Schnittmenge umgeformt in zwei miteinander verbundene Aussagen über und. Müssen wir mal kurz kontrollieren, ob wir hier noch klammern müssen. Ne, müssen wir nicht. Und bindet stärker als oder. Ja, wir können auch klammern, stört ja nicht. Wir können hier ruhig eine Klammer setzen. Um es deutlich zu machen, ist aber eigentlich nicht notwendig. So, jetzt müssen wir hier runterkommen zu X Element A. Jetzt haben wir einmal in einer anderen Aufgabe folgendes Gesetz bewiesen. Das, jetzt muss ich mal in einer anderen Buchstaben erfinden. Folgende Äquivalenz gilt. P oder P und Q ist dasselbe wie P. Das haben wir Verschmelzungsgesetz genannt. Und ja, das haben wir mal bewiesen in einer anderen Aufgabe. Okay, und jetzt sehen wir mal. Also hier haben wir letztlich, jetzt versuchen wir das mal hier farbig zu markieren. Hier haben wir X Element A. Das nennen wir jetzt mal unser P. Hier haben wir auch X Element A. Da steht O da dazwischen. P. Und X Element B ist jetzt eine andere Aussage. Also die können wir jetzt Q nennen. Diese Aussage hier hat also exakt die gleiche Struktur wie die hier. Und dann können wir diese Aussage vereinfachen zu P. Also X Element A. Naja, und dann sind wir schon fertig. Okay, gehen Sie hin. 1 2 Vielen Dank.